Hallo und herzlich willkommen auf meinem GIMT Tutorial Kanal. Mein Name ist Michael. In dieser heutigen Episode möchte ich gerne zeigen, wie man Farben verbessern kann, indem man den LAB Farbraum verbessert über Kurven. Und ich möchte zeigen, wie man danach anschließend die Lebendigkeit der Farben verbessern kann. Und zwar geht es dann auch zuerst einmal bei LAB Farbverbesserung über Zerlegen und dann in den LAB Farbraum zerlegen. Und wenn das geschehen ist, dann eben diese Leuchtkraftverbesserung bzw. Lebendigkeit der Farben geht über HSV zerlegen. Und das könnt ihr dann sehen. Ich werde in diesem Video nichts mehr sagen, sondern ich werde Musik laufen lassen. Manchmal hat man nichts zu sagen. Weitere Informationen findet ihr in der Beschreibung des Videos. Und viel Spaß beim Schauen und herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.